Hallo ihr Lese-Ratten! Ich habe das dumpfe Gefühl, dass dieses Montags-Meeting mehr Outtakes beinhalten wird, als überhaupt Inhalt, weil ich denke, es wird ein sehr kurzes Montags-Meeting. Ich habe nicht allzu viel zu erzählen, im Prinzip nicht wirklich irgendwas. Es ist nichts passiert in der Woche, obwohl eigentlich viel los war, aber nichts Buchmäßiges so wirklich. Gut, fangen wir an mit Neuzugängen wie jede Woche. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, habt ihr meinen einzigen Neuzugängen in der Woche auch schon gesehen, und zwar Akkadien erwacht von Kai Meier. Hatte ich ja beim Büchertreff in meinem Päckchen gehabt. Ich konnte ja nicht mehr abwarten, dieses Paket aufzumachen, weil man die ganze Zeit da rumtiggert und so ist es ganz schön schwer. Naja, deswegen bin ich ziemlich froh, dass bei meinem anderen Wichtel-Paketen noch nicht da sind. Es ist persönlich so groß, obwohl man ja dann weiß, okay, am 24. und dann ist gut. Aber bei dem anderen war es eben so, man kann sofort aufruppen, wenn es da ist, und das ist sehr fatal. Ja, das war ein einziger Neuzugängen in der Woche, und ich bin auch sehr gespannt drauf. Und ich habe im letzten Video schon gesagt, dass ich irgendwie neuerdings jedes Jahr einen Kai Meier zu Weihnachten bekomme. Letztes Jahr gab es einen Wichtel, ich weiß gar nicht, welches Wichtel, müsste ich nachgucken. Auch ein Kai Meier Buch, der erste Mal bei einer Trilogie, und das ist ja bei dem auch der Fall. Zack, Wochenbund. Ja, gut. Was lese ich gerade? Passend zur Weihnachtszeit habe ich natürlich ein Weihnachtsbuch rausgekramt. Und irgendwie lesen das gerade alle, aber mit einem anderen Cover. Und ich habe letztes Jahr zu Weihnachten bekommen, also zum Weihnachts-Wichtel. Auch da weiß ich nicht, welches Wichtel das war. Man kann sicher nicht mal alles merken. Also lese ich jetzt Dash und Lillys Winterwunder. Bin schon auf Seite 72. Und ich muss sagen, das ist so ein Buch, wo man eigentlich die ganze Zeit von Anfang an, also zumindest bei mir war das so, von Anfang an so ein Grinsen im Gesicht hat und denkt so, ach schön, toll, hm. Und dann fängt auch noch eine Buchhandlung an. Was gibt es denn Schöneres? Und das hier ist nicht mal kein Eichhörnchen, sondern ein Seepferdchen. Es kam mal ein Seepferdchen in einem Buch vor, was ja nun sehr selten ist. Und mein Rudi ist natürlich auch mit dabei. Der ist, ups, eben ist ein bisschen schlecht. Ähm, ja. Mein Weihnachtslied ist gleich wieder rausgekrimmst und dann geht's los. Ich freue mich schon, weiterzulösen. Ich will eigentlich gar nicht aufhören und ich habe eigentlich noch viel, viel, viel zu tun. Aber, ja. Das Montagsbritchen soll ja auch mal gedreht werden, nicht? Gut. Das war endlich so buchmäßig das Einzige, obwohl buchmäßig geht's auch noch ein bisschen weiter, denn wir hatten am Freitag, also meine Eltern hatten am Freitag Besuch von Verwandten und, ähm, ja, ich habe das dumpfe Gefühl, dass dieses Buchwahn irgendwas familienbedingt ist oder erblich bedingt oder wie auch immer. Denn die, die zu Besuch waren, die haben erzählt, sie haben ein Zimmer mit einer sieben Meter langen Wand, wo nur Bücher stehen an der Wand. Also Regale mit Büchern, logisch halt. Und das sind aber nur die Kinderbücher. Und der Rest ist im restlichen Haus verteilt. Und ich denke mir so, ach, wann kommen wir sie besuchen oder wann gehen wir sie besuchen? Leider wohnen sie nicht in Berlin und, ja, das ist ja etwas schwierig, aber mal gucken. Vielleicht klappt es ja irgendwann tatsächlich mal. Das würde ich mir nämlich gerne mal anschauen. Ah, ja. Toll. Gestern und auch heute, also gestern vor allem, war bei mir die Weihnachtsbäckerei angesagt. Ich stand von 12 Uhr mittags bis Abend um 19 Uhr in der Küche mit einer Stunde Pause und habe gebacken. Das einzige, das wecken kann, sind eben Muffins und, ja. Ich habe auch wieder diese Zimtstern-Muffins gebacken und diesmal sind sie besser geworden. Ich habe ja ein anderes Grundrezept genommen. Das war dann besser und jetzt sind sie nicht mehr so trocken. Ja, es ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber das war halt dieses Rezept, was beim Cupcake-Mackie dabei war. Deswegen dachte ich, es passt schon. Aber es war nicht so gut. Man kann nicht alles haben, nicht? Ansonsten gab es noch Schoko-Stern-Muffins. Einfach Schoko-Muffins in Sternenform. Ja. Und selbst mein Freund, der normalerweise keinen Schokokuchen isst und sowas, fand den Schoko-Stern denn leckerer als den Zimtstern. Hab ich jetzt was verwundert, aber okay. Ja, heute stand ich auch schon in der Küche und hab gebrutzelt. Backen kann man es nicht nennen. Brutzeln eigentlich auch nicht. Egal. Ich habe was zusammengezaubert. Ähm, ja. Ich muss auch noch ein bisschen basteln und so. Also ich bin ja gerade im Bastelfahren. Das ist ja auch... Ist ja schon ewig nicht mehr. Aber ja, ich bin gerade im Bastelfahren. Ein bisschen was muss ich noch machen, dann bin ich fertig und dann ist schön. Das Ganze Anfang Dezember ist doch herrlich. Meine Weihnachtspost ist auch schon so gut wie fertig. Dann fehlen noch zwei Karten und auch die Karten sind diesmal selbst gebastelt. Und ja, aufwendig und nicht perfekt, weil unkreativ, aber passt schon, hab ich. Ja. Und jetzt geht dann alles morgen raus. Wollte ich eigentlich heute schon abschicken, aber ja, es ist schon fast 16 Uhr und nein, ich hab's nicht geschafft. Ich bin noch nicht fertig. Also geht's morgen raus. So. Ja. Was soll man noch groß erzählen, wenn es nichts gibt, oder? Also, Wohnung ist schon fast komplett geschmückt. Es fehlen nur die bunten Fenster und ansonsten ist fertig. Ja. Ich hab irgendwie jetzt total der Weihnachtsfeber gerade so ein bisschen. Also, hatte ich die letzten Jahre schon gar nicht mehr gehabt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie war so Weihnachten, hm. Aber dieses Jahr ist wieder richtig so, ah, Weihnachten! Ja. Gut. Wie gesagt, mehr ist heute nicht. Ich werd jetzt gleich noch zwei weitere Videos drehen. Denk ich. Hoffe ich. Ähm, ja. Aber ansonsten, Montags-Meeting technisch ist, wie gesagt, nicht viel los gewesen. Nee. Gar nicht. Deswegen... Ah, Stoß! Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns dann bald wieder. Ach so, und die ganzen anderen Videos, von denen ich immer erzählt habe, die sind schon fertig gedreht und geschnitten. Also gedreht waren sie vorher schon. Äh, auch geschnitten und so weiter. Und ich kann sie dann demnächst hochladen. Ich wollte eigentlich letzte Woche jeden Tag ein Video hochladen. Hat auch nicht ganz funktioniert, aber... Nun gut. Es läuft ja alles nicht weg, nicht wahr? Okay. Bis dann. Bye-bye. Hallo, ihr Leseratten. Willkommen zu einem... Moment, ich muss meinen Ton ausmachen. Ähm... Hallo, ihr Leseratten. Abgesehen von einem... Hallo, ihr Leseratten. Willkommen zu einem sehr... Hau... Hallo, ihr Leseratten. Ich glaube, ich habe das Gefühl... Scheiße. Hau... What's the... Hau... Untertitelung des ZDF, 2020